ARDESTORTUNT Erscher Hallo? Hm, was ist denn also? Okay, okay. Tschau zusammen, herzlich willkommen. Hier bei einem neuen Let's Play. Let's Ring of Elysium. Dieses Mal... Etwas viel besseres. Wir müssen mit dem Hype mitgehen. Wir müssen den neuesten Scheiss spielen. Und den neuesten Scheiss auf dem Markt. Ich habe keine Ahnung, wie der Scheiss funktioniert. Wir starten mal rein am besten. Und schauen mal, was da abgeht auf dem ganzen Spass. Es sollte natürlich ziemlich ähnlich sein wie Call of Duty, habe ich gehört. Vom Stil her ist es eventuell ähnlich wie... Wir starten den Spass am besten mal. Ich habe noch nicht so viel gespielt. Es ist echt schön gemacht. Und immer noch ziemlich beeindruckend, dass der ganze Spass gratis ist. WTF? Ihr seht, wir können jetzt unsere Leute auswählen. Und ich nehme... Medic. It's time to impress. It's time to impress. Wir versuchen mal... Wäre vielleicht noch interessant, wenn ihr seht, wie ich besser werde. Wenn wir da am Schluss MLGs sind. Ähm...ja... Jetzt sind wir natürlich nur zu zweit in einem Squad. Das macht gar nichts. Wir machen alle anderen fertig. Okay, ich bin der Jumpmaster. Das heisst jetzt, ich kann einen Ort auswählen. Wir können hier hinfliegen. Und der andere Seite nicht, ob das in Ordnung ist. Und ich würde mal sagen... Wir gehen gleich hier rüber. Okay, wir gehen. Wir gehen einfach. Wir gehen. Und jetzt können die anderen sich entweder abkoppeln oder mit mir mitfliegen. Das ist eigentlich nur ein ziemlich geiles System, weil dann... ...verliert man sich nicht. Wie zum Beispiel im PUBG oder so. Was gerne mal passieren könnte. Okay, wir haben hier schon andere Leute. Als erstes ist es einfach so wichtig, dass wir aber richtig heissen Loot absnacken können. Panzer. Sehr gut. Ähm... Es ist ziemlich flüssig und das gefällt mir schon mal sehr gut. Jetzt sind wir schon mal ausgerüstet für den ersten Fight. Für den ersten Feindkontakt. Oh, da bist du schon Feind. Sehr geile Waffe habe ich hier mal gefunden. Also wir greifen hier. Okay, let's go. Let's do this. Nein, wahrscheinlich geht runter. Oh, shit. Ihr seht, das ist schon ziemlich schwierig. Vor allem für Anfänger wie mich. Hier in das schnelle Gameplay. Oh mein Gott. Mich nehmen wir in gewissen Kreisen auch Aiming King. Knockout Shield habe ich schon. Ist ziemlich geil, wenn es dich genommen hat. Kannst du dich noch ein bisschen... Ist... Da haben wir... So, den haben wir. Den haben wir. Gutes Teamplay. Scheisse Aiming von mir. Fuck this. Nice, mate. Nice. Oder noch mehr. Oh mein Gott. Munition ist niedrig. Das war immer so ein Problem wie mir. Noch zwei Schüsse. Das ist richtig verschissen. Jawas. Vom Feinsten. Okay, okay, okay. Der hat es genommen. Wow. Ich bin ein Medik. Du siehst, er hat so ein Schild, das es gibt. Dann sind wir ein bisschen geschützt. Jetzt müssen wir am besten mal schauen, dass wir den Kack hier looten können. Weil... Ich habe fucking... Keine Muni. Okay, wir gehen mal schnell helfen. Ich sehe ihn da. Der braucht Unterstützung. Also geben wir ihm die... Vielleicht pushen wir diesen Sauhund jetzt einfach. Okay, ich gehe. Ich gehe. Oh, das ist meine. Sorry, Boy. Der hat ihn schon geheilt, Mann. Ich sehe hier gerade etwa Energie-Munition. Ganz geil. Ich glaube, es ist jetzt mal so, dass wir da ein bisschen hängen. Bis mal wieder klar ist, welche Zone oder... Oh mein Gott, wir sind ziemlich gut. Wir ziehen noch mal eine durch. Für diese Folge gibt es noch mal eine kleine Runde. Mal schauen, ob wir weiterkommen und sonst... Scheiss auf den Kacken. Schuss. Hey, und wenn ihr irgendwie gesehen... Alter, du bist so ein Ultra-Nub. Super-Peachy. Dann gebt mir bitte Tipps und ficken mich nicht einfach dumm an, ihr Misge... Und... Let's do this. Was? Oh, fuck yeah. What the fuck ist das da rein, Mann? Sind wir da irgendwie scheiss... Äh... Star Wars? Boah, kann man eine Panzer nehmen oder was soll denn nicht? Hey, gebt mir ein Swaffe. Oh. Das gefällt mir. Wow, vom feinsten Körperschild. Ihr gehört immer wieder im Hinter... Oh, das ist jetzt zum Beispiel meine Fähigkeit bei dem Boy. Dass ich so eine Slackline ziehen kann. Zum Beispiel wenn wir noch ein U-Mündel sind, dann können die anderen das auch brauchen. Ziemlich gut. Er hat mir jetzt hier einen Helm markiert. Ganz gut. Jetzt kann ich hier Danke sagen. Danke, nein! Okay, es sind insgesamt 14... It was at this moment he knew. He fucked up. Wow, Feind, Alter. Was soll der Scheiss? Shotgun. Hey, mein Gott, Alter. Das kann ja nicht wahr sein. Hey, ich kann das glaube ich ja nicht. I'm good. But there's two of me. So... ... ...